Heute dürfen wir das 22. Kästchen öffnen. Wo sind unsere Instrumente? Wir haben keine da. Ah, dann tragen wir ein Gedicht vor. Wie wär das? Ja. Was soll das heißen? Ich war nicht so brav. Ich hab gefolgt wie ein Lämmler in den Schlaf. Hab nie etwas böses getan, wenn du mir nicht glaubst für meine Äugellein an. Anders, Christi. Ich hab alles geputzt und gewaschen. Jetzt kannst du mir bringen die schönen Sachen. Naja, im Haus ist alles noch ein bisserl feucht und nass. Mama und Papa etwas blass. Ich hab's doch nur mit dem Putzen und Waschen gut gemeint. In der schönen Weihnachtszeit.